Die 9. Armee Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetrüst.